guten tag treifenpolizei meldet sich zum dienst bei der autobahn polizei und wir spielen heute den autobahnpolize simulator und lehre garage und ja ich habe es angesagt ist hier oben auch drauf und für war bald einer von drei und ich meine ich hätte auch nicht den tag so geschafft wenn ich nicht komplett das chaos ausgelöst hätte dann auch schon mal funk status natürlich natürlich signal anmachen laulicht und verpisst euch alle jetzt kommt hier die polizei schon wieder nach 30 minuten gespielt schon wieder fünf fast 30 prozent schaden und bringt mir das hier etwas ich glaube ich bin falsch gefahren ich muss irgendwie jetzt hier wieder drauf kommen das kann ich über das machen dass wir das und jetzt abgemust wie weit ist es nach dahinten ok ich muss rückwärts fahren weil ansonsten krieg ich verhaltenspunkte schaden verpiss dich mal hier komme ich wo die polizeifahrzeugung ist mich na warte das gibt mir fette anzeige so nico ganz gefährlich das ding so warte mal wir sind jetzt hier auch gleich müsste eigentlich sowas irgendwas kommen What? Bin ich jetzt gelandet? Ich falle gerade nicht wieder auf die... Ist das hier gelaufen oder was? Warte, ich drehe mal um. Wir fahren, probier es nochmal. Hä? Wieso kann ich da nicht langfahren? Dann probiere ich es nochmal wirklich mit Abkürzung zu nehmen. So. Und? Hat das jetzt geklappt? So, die Autobahn geht. Muss jetzt hier drauf fahren dann. Ah ja, was ist mit meinen... Was ist mit meinen... Ähm... F12 im Spiel. Okay. Ja. Also meine Reifen sind... Definitiv richtig, ja. Das ist so komisch. Äh... Ich fahre in die falsche Richtung. Alter, ich brauche mal so lang bis zum Einsatzort. Also ich bin tatsächlich der beste Polizist ever. Da vorne ist der Unfall. Ich kann das schon mal langsam abramsen. Hallo, ich muss hier vorbei mit meinen kurben Streifen. Alter, steck doch mal aus, diese... Handbremse. So, jetzt aber. Steck aus. Müssen wir jetzt den Motor ausschalten? Hallo, ich bin raus. Hallo. Jetzt darf ich nicht mehr raus. So. Alter, sieht das komisch aus. Einsteigen, so. Ja. Also würde ich sagen, machen wir noch den letzten Einsatz hier. Ja, geil. Dann fahre ich halt hier gerade... Warte mal. Machen wir doch einfach so. Dass ich nur die Frage, ob ich auf der richtigen Seite bin oder nicht. So, Karte. Ja, da hilft wohl nur nachgucken. Was richtig ist. Ey, warum wird das jetzt mehr? Ja, geil. Ich bin auf der falschen Seite. Ähm. Wann würde ich sagen? Genau, dann fahre ich da runter. Oh, 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 oh. Nein, egal. Jetzt kann ich hier wieder zum Glück wieder um. Alter. Diese Reifen triggern mich. So, dann muss ich nach dort. Schon wieder 27% Schaden, also. Bester Streifenpolizist. Dann fahre ich jetzt hier drauf. Dann fahre ich jetzt hier drauf. Dann fahre ich jetzt hier drauf. Hier einmal nach. So. Nein. So. Zack. Oh, 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 oh. Ja, was mache ich jetzt? Ähm. Gut. Wenn der Reifen auch im Park, meinen Reifen immer noch so. Alter, ich bin echt nicht in der Lage. Ey. Nein. Ey. So, jetzt aber. Jetzt fahren wir so rückwärts auf die Autobahn drauf. Ey. So, jetzt fahren wir. Ah, 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 ah. Oh oh, ähm Ich bin echt der beste Fahrer Beste Polizist ever Ich hoffe ich komme Genau, ich komme hier zum Glück runter So, schön rückwärts hier Ich weiß nicht, ich frage, warum ich nicht einfach vorwärts lang fahre Ja, das Problem ist, dann kriege ich Nein, rückwärts wollen wir Anbremse Motor Jetzt kann ich aussteigen Hallo Ende Woche sind verhaftet Sie haben nichts Illigas getan Sie sind trotzdem verhaftet Warndreieck Drogen Testen wir Ich traue ihnen nicht Sie sehen so richtig fies aus Bleiben sie uns ja Ja, verbotene Gegenstände Das glaube ich nicht Ja, 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 ja Verbandskasten Minenbereich Dokumente Alkohol Alkohol Mit der Haus Können sie dieses Fahrzeug haben Gut Trotzdem wegsperren Ich wünsche ihnen noch eine Eingefahrt Natürlich nicht Aber fahren sie möglichst viele Leute So Oh ja, das hat nicht gezählt Okay Dann würde ich sagen, machen wir noch einen. So. Oh, geschuldenes Fahrzeug. Eindeutig, das hole ich mir. Wo ist das? Ja, ich habe keinen Punkt bekommen. Hätte ich vielleicht lesen sollen. Ah, danke, schönes Fahrzeug. Oh, oh, oh. Oder auch nicht. Kann ich halt schon bei jedem machen. Die bleiben. Anhalten, du kleiner Lepp. Halt doch an! Du hältst jetzt an, Alter. Du hältst jetzt hier an! So, hier, anhalten! Da! Ähm, ich hänge fest! Ey, jetzt bin ich hinter der Leitplanke. Komme ich da auch wieder drüber bei die Leitplanke? Ja, komm! Kann ich das Fahrzeug irgendwie resetten? Ja, ähm... Das ist ein too long-spam. Ja, ähm... Ähm... ... ... Und ich bin ein echt guter Polizist Ich sehe vor allem richtig hässlich aus, ey Und dann würde ich sagen Ey, guckt mich an Macht's gut, bis zum nächsten Mal Und ciao, Leute